Hallo und herzlich willkommen zu den Lernvideos der Schülerhilfe. In diesem Video geht es um den Infinitiv, genauer gesagt um die Formen des Infinitivs. Im Lateinischen gibt es sechs Infinitive. Sicherlich kennst du den Infinitiv Präsens, welcher häufig in den Vokabeln angegeben wird. Zudem gibt es den Infinitiv Perfekt sowie den Infinitiv Futur. Diese drei Infinitive kommen jeweils im Aktiv und im Passiv vor, wodurch sich die genannten sechs Infinitive ergeben. Kommen wir als erstes zum Infinitiv Präsensaktiv. Der Infinitiv Präsensaktiv wird immer mit der Endung re gebildet und drückt Gleichzeitigkeit aus. Beispiele für den Infinitiv Präsensaktiv sind Als nächstes kommen wir zum Infinitiv Präsenspassiv. Dieser wird mit der Endung ri in der a-, e- oder i-Konjugation oder mit der Endung i in der konsonantischen oder gemischten Konjugation gebildet. Der Infinitiv Präsenspassiv drückt immer Gleichzeitigkeit aus. Beispiele für den Infinitiv Präsenspassiv sind zum Beispiel laudari für gelobt werden oder moneri, audiri, miti oder kapi. Als nächstes stelle ich dir den Infinitiv Perfektaktiv vor. Der Infinitiv Perfektaktiv wird mit der Endung isse am Perfektstamm gebildet und drückt die Vorzeitigkeit aus. Ein Beispiel dafür wäre laudar Wisse. Hier siehst du das isse, die Endung und das v stellt deinen Perfektstamm dar. Kommen wir nun zum Infinitiv Perfektpassiv. Der Infinitiv Perfektpassiv wird mit dem ppp, welches meist im Akkusativ steht, und esse gebildet. Der Infinitiv Perfektpassiv drückt Vorzeitigkeit aus. Wie zum Beispiel laudatum, laudatam oder laudatum esse, für gelobt worden sein. Kommen wir jetzt zum Infinitiv Futuraktiv. Der Infinitiv Futuraktiv wird mit dem pfa, meist im Akkusativ, und esse gebildet. Er drückt Nachzeitigkeit aus. Ein Beispiel für den Infinitiv Futuraktiv ist laudaturum, laudaturam, laudaturum esse, loben zu werten. Im Infinitiv Futuraktiv gibt es noch die Sonderform fore, welche sich entweder von sit, es geschieht, oder von esse ableitet. Nun stelle ich dir den Infinitiv Futurpassiv vor. Der Infinitiv Futurpassiv wird mit dem Subpinum 1 und iri gebildet. Das Subpinum 1 ist dabei wie der Akkusativ Singular Neutrum des ppp. Der Infinitiv Futurpassiv drückt Nachzeitigkeit aus. Hier siehst du noch das Beispiel laudatum iri, für gelobt werden werden. Du solltest beachten, dass beim Infinitiv Futuraktiv das esse oft weggelassen wird. Der Beispielsatz spero te a futurum mit der Übersetzung, ich hoffe, dass du da sein wirst. An dieser Stelle siehst du, dass in spero te a futurum kein esse vorkommt. Nachzeitigkeit wird hier allein mit dem Partizip Futuraktiv ausgedrückt. Weiterhin solltest du beachten, dass beim Infinitiv Perfekt Passiv esse im A-C-I fehlen kann. Ich fasse noch einmal zusammen, was wir in diesem Video gelernt haben. Im Lateinischen gibt es insgesamt sechs Infinitive. Den Infinitiv Präsens, den Infinitiv Perfekt und den Infinitiv Futur. Diese beiden Infinitive kommen jeweils im Aktiv und Passiv vor. Die Bildungen der Infinitive sind für alle Konjugationen gleich. Mit einer Ausnahme, die Ausnahme ist der Infinitiv Präsens, Passiv. Dieser hat die Endung iri oder i. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de. x x x x x x